Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scribble Notes Unlimited. Im letzten Teil hatte ich einige Probleme das Auto hier aus dem Parkverbot wegzuräumen. Nun habe ich es gelöst. Ich musste einfach mich mit dem Auto mit der Kette verbinden. Und nun können wir das Auto einfach rausschieben aus dem Parkverbot. Passt. Mal gucken, was will der Polizist von uns. Ne, der will nichts mehr. Ich glaube hier haben wir alles. Gut, dann gehen wir weiter. Ah, wir können unseren Sternenblick anmachen, um zu gucken, wer noch Hilfe braucht. Machen wir das mal kurz? So. Anscheinend der Typ da und, äh, dieses Graffiti ist wahrscheinlich an der falschen Stelle. Also sollte da nicht sein. Also, ähm... Wie unansehlich. Machen wir mal ein Addictiv. Äh, schön. Ja, hat funktioniert. Schön, oder? Ich guck nochmal. Ja, hat funktioniert. Ah, wir können hier hoch. Okay. Mal gucken, wer hier Probleme hat. Oder wer Hilfe braucht. Okay, beide. Gut. Also, wir können die Aussicht nicht genießen. Die Wolken sind im Weg. Gut, ähm... Machen wir mal Wind. Nee. Dann machen wir mal Luft. So. Was? Lüfter. Ah, hat funktioniert. Schön. Okay. Beide sind anscheinend zufrieden, oder? Jo. Hier oben ist also alles... ...in Ordnung. Gehen wir mal wieder runter. So, ähm... Hier war das nur der... Ah, sorry. Das war nur der Typ da oben, oder? Der Fliegende da. Ja. Gucken wir mal, was der für ein Problem hat. Äh... Stecke jemanden in die Telefonzelle, um einen Assistenten für mich zu machen. Gut, ähm... Wen tun wir da rein? Ähm... Präsident. Ah, natürlich mit Ä. Sorry. Hm. Schön. Hat geklappt. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, oder? Gut, der Schalter. Ah, nee, nicht so. Ah, nicht so. So, jetzt aber. Erschaffe einen neuen Brunnen für die Stadt. Setze ein Objekt ins Wasser und betätige dann den Schalter. Okay, einen neuen Brunnen. Ähm... Ähm... Wo ist denn... Nein. Ähm... Wie machen wir das nochmal? So, Objekt erschaffen. Brunnen. So. Geld, 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 Geld. Jo, 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 Geld, Geld, Geld. Klicke zweimal... Äh, Hilfe. Klicke zweimal auf dein Ziel, um zu schießen. Oder um Gegenstände zu werfen. Haha. Haha. Oh, wir haben Geld auf die Gewaffenszüge. Egal. Nochmal unseren... ultracoolen Sternenblick. Ne, hier haben wir... alles in, äh... Ordnung gebracht. Ah, warte, wir konnten nochmal in die Feuerwehr da rein. Tun wir das mal. So. Hauptstadtfeuerwehr. Los, ja. Willkommen in Hauptstadtfeuerwehr. Gut. Hier gibt's bestimmt viel zu tun. Kann ich mir schon mal vorstellen. Also, machen wir mal den... coolen Blick an. Okay. Der Hund. Zum Beispiel. Gucken wir mal, was der braucht. Ich muss wie ein Feuerwehrhund aussehen. Ähm... 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 Rot. Wir färben den einfach mal rot. Hat das geholfen? Ne. Feuerwehr... Feuerwehr... Feuerhund. Hier. Was? Ne. Nicht. Das war nicht das, was wir gebraucht haben. Ähm... Feuer einfach mal. Verbrennen wir den mal, dann sieht der aus wie ein... Oh, ja. Genau. Äh. Sorry. Ich bin gerade total... So. Ja, keine Ahnung, wie wir das anstellen. Tun wir mal weiter. Der Mann da... Warte, was können wir mit dem Auto hier machen? Feuerwehrwagen. Verwandle ein Kombi in ein Feuerwehrauto. Okay. Feuerwehrwagen. Start. Ziel. Alle Löschfahrzeuge sind im Einsatz. Dieser Wagen muss zu einem Feuerwehrauto werden. Streiche zuerst den Wagen. Dann machen wir das mal. Wasserreiten. Wasserreiten? Nein. Ähm. Machen wir erstmal rot. Schön. So, was jetzt? Ziel. Das Auto muss man jetzt hören können. Gib dem DJ etwas Lautes, um es am Wagen anzubringen. Yeah. DJ. Ähm. Sirene. Ja. Ja. Alarm, natürlich. Boom. Ja. Bring es an, DJ. Yeah, DJ. Okay, hat geklappt. So. Jetzt müssen wir dem was geben. Ziel. Der Feuerwehrmann ist fast fertig. Gib ihm ein Feuerzeug, das ihm hilft. Okay. Feuerzeug. Objekt erschaffen. Feuerzeug. So. Jo. Hier, bitte sehr. Geht auch los. Wirst du ein Feuerzeug bekommen. Ach, gib mir ein Gerät zur Feuerbekämpfung. Okay. Dann, äh. Feuerlöscher, natürlich. Ich hab, glaub ich, falsch gelesen. Da stand bestimmt schon Feuerlöscher, aber ich hab Feuerzeug gelesen. Egal. Löscher. Jo. Na, klappt doch. Brum, 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 brum. Yeah, brum, brum. Okay. Hilfe. Ähm. Klicke auf das Symbol von Maxwells Kopf, um die Kamera auf ihn zu zentrieren. Das da, oder? Der Verkehr ist furchtbar. Hilft dem Wagen, ihn zu umgehen. Wie machen wir das denn? Ähm. Wie stellen wir das denn an? Ich hab keine Idee, wie wir das anstellen. Können wir die... Wir-Bel-Storff. Gibt's sowas? Ja. 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 Hat geklappt. Bisschen, äh... Brutale Methode, aber solange wir es... Also solange wir unsere Ziele erfüllen, ist alles gut. Yeah, noch ein Stern, schön. Feuerwehrwagen, fertig. Gut. Und wir haben zwei Staritis oder Star Rides oder... Keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Auf jeden Fall haben wir zwei von denen, die wir benötigen. So, weiter. Gut. Der Hund, äh... Ist noch immer nicht in Ordnung, oder? Nee. Aber wir gehen weiter zu diesem Mann da. Ich hab da irgendwas Interessantes. Hilft mir alle Alarme zu... Alarme zu testen. Okay. Diese Alarme. Ah, okay. Dann brauchen wir eine Leiter erstmal. Um da... Hinzukommen. Um den Alarm dann zu testen. Ähm, Leiter. Die ist zu klein. Brauchen wir doch die andere Leiter. So. Leiter. Das war die, ja. Genau. Wie... Achso, ja gut. Machen wir so. So. Klettern. Ja. Und dann drücken wir da drauf. Der Feueralarm ist in diesem Stockwerk... Äh, nee. Der Feueralarm in diesem Stockwerk funktioniert. Okay. Wo sind denn hier noch mehr? Ähm... Ah, da hoch. Okay. Okay, der scheint sehr wütend zu sein. Der Feueralarm in diesem Stockwerk funktioniert auch. Okay. Der da oben sieht aber kaputt aus. Wie kommen wir da hoch? Nicht drunter. Wir wollen hoch, oder? Ach, da. Das macht die hier. Egal. Und was ist... Ist das ein... Oh Gott. Das ist ein Song, oder? Ja. Ach, ja. So. Nein, 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 nein. Da drauf drücken, Dennis. Ja, ich heiße Dennis. Ja. Schön zu wissen, oder? Ähm, egal. Ähm, was? Nee, ich will da drauf drücken. So, jetzt. Was? Ähm. Machen wir mal... Oder ist Adjektiv? Machen wir mal geladen. Ja. Das machen wir mal. Geladen. Geladen. Den Vorschriften entsprechen. Okay, schön. Geh mal wieder runter. So. Du, 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 du. Hier können wir auch runter. Yeah. Ist der zufrieden? Scheint so. Okay. Okay, das ist unser nächster auf der Liste. Was braucht er denn? Ich muss das Herz dieses Dummies neu starten. Gut. Ähm. Neu starten. Ähm. Strom. Ja, hat funktioniert. Hat fast unseren, äh, Elvis hier umgebracht, aber insgesamt war es doch erfolgreich. So. Gute Arbeit. Du hast genug Starwrites gesammelt, um die neue Welt freizuschalten. Geh mit den Starwrites, die du bisher gesammelt hast, zu Lily auf den Bahnhof. Geh zu Lily. Tun wir das mal. Hallo, Lily. Hier, hast du paar Starwrites. Und, geht's dir schon besser? Ah, okay. Wir haben eine neue Welt freigeschaltet. Oh, die ist weiterhin traurig. So. Das ist die Stadt und wir haben acht Starwrites. Woher gehen wir denn als nächstes dahin? Hauptstadtabfluss. Hört sich gut an. Also, keine Ahnung. Okay. Scheiße. Das Ding sieht übertrieben gruselig aus. Und hier ist anscheinend sehr viel zu tun. Ja, egal. Das war's jetzt von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ich würde nur sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.